So, hier nochmal die Zusammenfassung von der Fortbildung für Schüler, auch interessant, wichtig die zwei Seiten hier, kahoot.com, hier kann man die Quiz erstellen, bei kahoot.it, hier spielt man praktisch die Rätsel. So, wie schaut das aus? Wir brauchen hier zwei Browser, also einmal natürlich die Mitspieler auf dem Handy, auf dem Computer, auf dem Tablet, sonst wo. Und hier am besten am Beamer, aufleuchtend, wählt man hier entsprechend das Rätsel aus. Dann sagt man hier starten, wartet kurz. So, und jetzt wartet man, vielleicht machen wir erstmal die Musik hier leise, jetzt wartet man, bis die Mitspieler diesen Code hier entsprechend eingegeben haben, also 6295308. Dann gibt es noch ein Nickname. Und jetzt kann man auch sehen, wer sich hier schon eingeloggt hat. Wenn da alle drin sind, dann klickt man hier auf Start und das Thema wird vorbereitet, hier entsprechend auch. So, und dann kommt die erste Frage. Also, was kommt in Ostasien häufig auf den Tisch? Hier läuft ein Zähler mit und hier sind die Auswahlmöglichkeiten. Und auf dem Smartphone, Tablet, je nachdem, hat man nur diese Farbfelder mit den Formen. Und hier muss man eben entsprechend die richtige Form, die richtige Farbe auswählen. Also, hier wäre in dem Fall so ja die richtige Antwort. Und hier kommt dann entsprechend eine Übersicht, wie viele Leute wohin geklickt haben. Jetzt war natürlich nur ein Mitspieler da. Und wenn ich hier auf Next gehe, dann kommt hier die entsprechende Auswertung. Hier war das Quiz so, dass man Punkte erreichen konnte. Und je nachdem, wie viele richtige Antworten man ausgewählt hat und wie schnell man die auch ausgewählt hat, gibt es hier entsprechende Punkte und dann halt den entsprechenden Sieger. So, wie funktioniert es jetzt, genau so ein Quiz zu erstellen? Ja, es gibt auf Kahoot vier Möglichkeiten, ein Quiz zu erstellen. Einmal das klassische Quiz mit vier Antwortmöglichkeiten. Man kann es aber auch so einstellen, dass mehrere Möglichkeiten als Antwort gelten. Jumble, das ist ganz neu. Man kann hier die Auswahl in einer richtigen Reihenfolge abfragen. Also zum Beispiel eine Formel in der richtigen Reihenfolge oder ein bestimmtes Zitat in der richtigen Reihenfolge. Die einzelnen Teile sind dann praktisch durcheinander gewirbelt und man muss die dann praktisch in die richtige Reihenfolge schieben. Bei der Diskussion geht es darum, dass praktisch eine Frage im Raum steht, dass eine Diskussion anfangen kann. Und bei der Umfrage, da kann man dann wieder mehrere Fragen stellen. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das Quiz. Ich zeige, wie das funktioniert. Also man klickt hier Quiz an. Dann braucht man erstmal einen Titel. Also man muss sich das vorstellen so, als erstellt man erstmal eine Kategorie. Hier sage ich einfach mal Wald. Dann wollen die auch eine Beschreibung haben. Also Hashtag Wald, das muss reichen. Hier kann ich einstellen, soll es nur für mich sichtbar sein oder kann es auch gefunden werden, dieses Quiz. Plus, ich sage mal hier jeder, dann auf Deutsch und im Bereich Schule. So, wenn das hier steht, dann kann man sagen, okay und dann kommt man eigentlich erst in dem Bereich, wo man jetzt eine Frage erstellen kann, ein Quiz erstellen kann. Hier sage ich Plus. So, und machen wir mal was ganz Einfaches. Welche Meise wohnt im Wald? So, und hier kann ich einstellen, wie lange man Zeit dafür haben soll. Das lassen wir mal auf 20 Sekunden. So, A-Meise, B-Meise, C-Meise und die D-Meise. So, hier ganz leicht und hier muss ich natürlich angeben, was richtig ist. Jetzt klicke ich hier den Haken an und sage Next. Wenn ich hier in diesem Bereich nur ein Quiz haben möchte, könnt ihr natürlich jetzt noch weitere anfügen. Dann sage ich, okay, speichern. Und hier könnte ich gleich zum Spielen übergehen oder ich könnte es nochmal bearbeiten. Oder ich sage hier, da möchte ich hier raus. Und hier in meiner Übersicht, da sehe ich dann dieses Quiz. Und hier kann ich sagen, starten, also spielen. Oder wenn ich hier nochmal draufgehe, dann kann ich auch hergehen und sagen, Challenge. Challenge macht folgendes, wenn ich Challenge auswähle, dann kann ich dieses Quiz zum Beispiel über einen längeren Zeitraum anbieten. Also, ich könnte zum Beispiel hergehen und sagen, okay, dieses Quiz soll jetzt die nächsten sechs Tage bis um 10 Uhr vormittags erreichbar sein. Dann sage ich weiter. Und dazu gibt es dann einen entsprechenden Link mit einem entsprechenden Pin. Und jeder, der diesen Link jetzt bekommt, hat dann entsprechend Zeit. Hier in dem Fall jetzt 5. Dezember bis 10 Uhr vormittags, dieses Quiz zu lösen. Und ja, ich kann dann in dem Bereich dann die Antworten einsehen, wenn die entsprechend gelöst wurden. Gut, das war es soweit in der groben Übersicht. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Spielen. Gut, das war es soweit.